Wenn Sie eine Steuer abschaffen dürften, welche wäre das? Bei mir wäre das der steuerliche Kinderfreibetrag, weil ich nicht einsehe, dass ein Spitzenverdiener 1000 Euro pro Jahr für sein Kind mehr bekommt, als der Normalverdiener, der das Kindergeld in Anspruch hat. Herr Hürte? Wir haben noch eine ganze Reihe von Kleinsteuern, die abgeschafft werden können und das sollten wir auch angehen. Welche? Da muss ich kommen, Weinsteuer, Brandmonopolsteuer und alle, die sich... Bei der Sektsteuer bin ich auch... Ja, also da sind einige... Also, da sind wir uns noch... Aber nur für heute Abend. Also, dann am Schluss doch noch Einigkeit.